Mit der N-Tec Edition macht Nissan nun die Tuner arbeitslos. Warum? Das erfahrt ihr in der heutigen Ausgabe von VoiceOverCards News. Schwarze Highlights durchströmen das Design, so gefallen mir persönlich besonders die abgedunkelten Scheinwerfer und auch der schwarze Kühlergrill. Schwarze Spiegelkappen gibt es auch und natürlich 19 Zoll große Felgen, die komplett in schwarz gehalten sind. Hier muss nur noch das Nissan Logo geschwärzt werden. Auf das N-Tec Logo am Heck würde ich persönlich verzichten, aber das ist ja Gott sei Dank Geschmackssache. Im Innenraum erfreue ich mich über die schwarzen Details, zum Beispiel an den Lüftungsdüsen und an der A-Säule. In der N-Tec Ausstattung gibt es natürlich viele technische Highlights, so zum Beispiel den ProPilot. Ein adaptiver Tempomat, der die Geschwindigkeit vom vorausfahrenden Fahrzeug halten kann und auch der Spur folgt. Die Rückfahrkamera scheint immer noch über ein matschiges Bild zu verfügen, aus dem Grund nutzt man nun lieber den Parkassistenten. Der Fahrer muss nur noch Gas geben, die Bremse bedienen und die Gänge einlegen. Den Rest macht der N-Tec wie aus Zauberhand von selbst. Dank Android Auto und Apple CarPlay verbindet man per Kabel schnell das Smartphone mit dem Qashqai N-Tec. Was will man eigentlich mehr? Okay, Apple CarPlay over the air und induktives Laden. Interessant ist der Preis. Los geht es ab 30.705 Euro unter der Haube 140 PS, starke 1,3 Liter Motor. Die Gänge werden per Hand gerissen und das Fahrzeug ist auf 1300 Exemplare limitiert. Was sagt ihr? Hot or not? Schreibt es mir in die Kommentare, lasst uns gemeinsam diskutieren, denn ihr wisst es, wo es Zauber Cars ist und bleibt keine Einbahnstraße. Bis zum nächsten Video, euer Jens. Ciao. .